Uh. Okay. Na los, man, neue Karre hier. Neue Kurve, mal gucken, wie die sich so fährt. Die mit den Nissan, das sind immer so die aggressivsten, was? Hab ich das Gefühl, ich weiß auch nicht. Sollte ich auch mal nehmen, denn mach ich mal mit bei euch. Mit eurer Scheiß-Rammerei. Doch, der geht eigentlich hier, der Wagen. Haha, der dreht, dieser Bastard. Hier schiegt der recht. Ey, die Map kennen wir doch. Kennen wir die nicht irgendwoher? Sind wir ja nicht mit dem Golf letztens gefahren? Ich weiß das doch irgendwie. Ist schon eine Weile her, aber... Kann sein, dass ich mich dran erinnere. Ey, die mit ihren komischen Nissan, die fahren so komisch. Da vorne sind die Golfs. Die hole ich mir. Alter, wie schnell sind denn die, bitteschön? Oh, der. Schock, fuck, fuck, fuck. Ener, Ener, komm, den kriegen wir noch. Wie viele Runden? Vier Stück. Na, das geht ja. Kacke, Alter, wie kommen denn die an? Wie kommt denn der an hinten? Oh mein Gott. Alter, ist auch ein Deutscher da vorne. Schließe ich mich an. Ich schließe mir die an. Komm, wir stoßen an. Ein Bier. Beim Fahren, natürlich. Muss ja auch Spaß machen. Das fahren. Ich bin so angespannt, ne? Weil ich so Schiss habe, dass die mich hinter mir kriegen. Dass die mich alle da überholen noch. Aber... Okay, einer hängt mir ziemlich am Arsch. Das ist bestimmt der scheiß Nissan. Ich will nicht, ich will nicht drauf anlegen. Na, ich hab gar keinen Bock auf den. Was ist das denn jetzt gewesen? Ja, so eine Japsensau oder was? Überholt mir jetzt. Ey, wo kommen denn die alle her? Okay, der hat irgendwie kein gutes Beschleunigen, der Wagen. Muss ich irgendwie mal feststellen. Ne, der hat kein Jutid Beschleunigen, der scheiß Wagen hier. Ich lobe... Ne, ich lobe den nämlich nicht mehr. Der hat kein Jutid Beschleunigen. Auf keinen Fall. Ne, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, warum ich mich da gedreht hab. Kein Plan. Ich weiß es nicht. Mann, ich krieg den nicht. Kann doch nicht wahr sein. Oh, Mann. Also den nehm ich auf jeden Fall nicht mehr, den Wagen hier. Das steht fest. Den nehm ich auf keinen Fall. Weil der hat kein gutes Beschleunigen. Überhaupt nicht. Der kommt mir aus dem Arsch. Mit jedem anderen Wagenwerk schon längst dran gewesen. Aber der hier, der fährt sich an sich nicht schlecht, aber der hat kein gutes Beschleunigen. Oder kommt mir das nur so vor. Den Golf krieg ich hier auch nicht. Ja, der Performance ist gut, der Golf. Der ist sogar besser wie der andere, aber ich find den total hässlich. Der sieht hinten total hässlich aus. Oh, Mann, ey. Ich bin zu dumm zum Scheißen. Ich muss erstmal wieder rinkommen. Ich hab lange nicht gezockt. Ich muss erstmal wieder rinkommen hier in das Scheißgame. Komm, die muss ich da vorne kriegen. Geht nicht. Oh, die sind so weit weg, ne? Nein, und das ist jetzt vorbei. Den muss ich noch kriegen. Nein, ich bin dumm. Ja, komm. Go, 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 go. Fick dich. Scheiße. Das war knapp. Ich schreie wieder rum. Gleich kommt der Nachbar wieder von oben. Alter, dieser Hurensohn. Scheiße. Mann, dieser Japse da, Alter. Das hat der doch mit Absehgemacht da vorhin. Das hat der doch mit Absehgemacht da vorhin.